Hallo und herzlich Willkommen zum Video Was ist denn eigentlich Remote Viewing? Vielleicht haben Sie irgendwo den Begriff Remote Viewing aufgeschnappt. Jemand hat darüber gesprochen, nur was genau ist denn jetzt eigentlich Remote Viewing? Das ganze ist ein bisschen eine längere Geschichte, aber ich gebe mal ein kurzes Beispiel. Ich habe hier einen Umschlag, in diesem Umschlag ist ein Foto drinnen. Die Frage ist jetzt, was ist auf diesem Foto zu sehen? Genau diese Frage könnte ich einen Remote Viewer stellen und er könnte mir sie beantworten. Wie macht er das? Kann der hell sehen oder einfach gut raten? Nein, Remote Viewing wird so angewandt, dass es ein Protokoll gibt. Das heißt, es gibt eine vordefinierte Vorgehensweise, wie ich an Informationen komme. Ich habe einfach 16 Blatt vor mir liegen, die alle leer sind, nehme einen Kugelschreiber, gehe ein Protokoll durch, in dem ich immer wieder Fragen mir selbst stelle, diese spontan antworte und am Ende dieser 16 Blätter komme ich auf ein Ergebnis und das Ergebnis lautet dann zum Beispiel, da ist ein Ding drinnen, es ist hoch und spitz, es ist aus Metall, es ist braun, es steht draußen, es ist eine Sehenswürdigkeit. Wenn der Remote Viewer das schon besser beherrscht, kann er auch noch genauer definieren, worum es sich in diesem Umschlag handelt. Das heißt, mal zusammengefasst, was ist Remote Viewing? Remote Viewing ist eine Methode, Informationen, Ort und Zeit unabhängig abzurufen. Das bedeutet, ich kann Informationen aus der Vergangenheit abrufen, ich kann Informationen aus der Jetztzeit abrufen und ich kann auch Informationen aus der Zukunft abrufen. Nur jetzt die ganze Frage, die ihm auch immer wieder auftaucht, jetzt ist da ein Foto drinnen, warum kann der das jetzt wahrnehmen, dieses Foto? In Wirklichkeit ist es so, dass da ein Foto drinnen ist, das uns nur eine Momentaufnahme zeigt von dem Ort, wo es entstanden ist. In Wirklichkeit reist ein Remote Viewer unterbewusst in den Ort oder zum Ort und auch zum Zeitpunkt, wie dieses Foto gemacht wurde und kann beschreiben, was er dort wahrnimmt. Das heißt, hätte ich jetzt den Eiffelturm fotografiert, schicke ich den Remote Viewer in das Zielgebiet mit seinem Unterbewusstsein, denn er nimmt dort wahr, ja, da steht ein Ding, das ist hoch und spitz und so weiter und am Ende kann er mal das Ganze alles aufschreiben und wir können vergleichen, hat er es geschafft oder hat er es nicht geschafft. Es ist natürlich noch viel, viel mehr möglich, das heißt, ich kann den Remote Viewer ins Zielgebiet schicken, der sieht sich den Eiffelturm an und ich kann ihm sagen, okay, jetzt drehe ich 180 Grad, was nimmst du jetzt wahr? Das heißt, er nimmt viel, viel mehr wahr, als am Foto zu sehen ist. Das Foto ist für uns nur ein Beweis, ja, der war wirklich dort im Zielgebiet. Ja, jetzt vielleicht taucht auch die Frage auf, okay, ist das jetzt irgendwie, hat das was mit Spiritualität, Esoterik, mit Hokus-Pokus und so weiter zu tun? Im Grunde genommen ist es einfach eine Fähigkeit, die uns Menschen angeboren ist, die Intuition. Intuition, das Bauchgefühl, das, ich sage jetzt mal, das innere Wissen, da stimmt was nicht oder da stimmt was. Jeder kennt so diese Gefühle, man weiß sofort, okay, das geht jetzt schief oder man weiß oft Dinge ein bisschen, bevor sie passieren und so weiter. Jeder Mensch hat das so ein paar Mal erlebt, der einen mehr, der anderen weniger. Und genau dieses Gefühl oder diese Fähigkeit ist in uns verankert, nur nutzen wir sie fast niemals. Das heißt, wir nutzen sie zwar manchmal schon, das heißt, wir bekommen eine Information, bald läutet das Telefon, aber wir zerdenken uns diese Information oftmals, das heißt, wir denken gar nicht mehr dran und da läutet plötzlich wirklich das Telefon. Das heißt, was mache ich bei Remote Viewing damit? Bei Remote Viewing machen wir das, dass wir ständig dieses Bauchgefühl aus uns heraus locken. Wir fragen uns ständig eine Frage und antworten ganz spontan im maximal 2,9 Sekunden Rhythmus auf diese Fragen. Und dadurch fördern wir ständig diese Intuition, fördern wir ständig unser Bauchgefühl. Das heißt, wenn ich jetzt ein Beispiel gebe, in der ersten Stufe nehme ich einfach ein Blatt Papier und frage mich die ersten Fragen. Ja, ich frage mich, welche Umrisse gibt es dort im Zielgebiet? Ist es festflüssig-gasförmig im Zielgebiet? Ist es natürlich oder künstlich im Zielgebiet? Einfach immer einfache Dinge. Und auf jede Frage antworte ich spontan, ohne nachzudenken und schreibe das einfach auf. Gehe ich in die zweite Stufe, wird es schon ein bisschen präziser. Welche Farben gibt es dort im Zielgebiet? Und ich sage spontan, es ist dort blau und schreibe das Ganze hin. Das heißt, dieses intuitive, schnelle Antworten ist das, oder ist eigentlich der Kern des Remote Viewings. Das ist das, worum es geht. Ohne nachdenken, ohne ein Bild im Kopf zu haben, einfach so, einfach drauf los, heraus sagen, was geht in mir vor, was kommt plötzlich für eine Antwort. Und Remote Viewing fasst das einfach zusammen. Das heißt, ich stelle mich viele, viele Fragen, die ich alle auf Papier aufschreibe. Und am Ende kann ich das Ganze zusammenfassen und habe einen Gesamteindruck vom Zielgebiet, der mir eben beschreibt, okay, da steht ein Ding, oder das ist eine Örtlichkeit, das ist eine Lebensform und so weiter. Wozu brauche ich das überhaupt? Prinzipiell, die Geschichte ist so, diese Technik, die wir heute beim Remote Viewing erlernen, wurde ursprünglich von amerikanischem Militär entwickelt. Und zwar, indem sie einfach ein natürlich begabtes Medium genommen haben, der konnte immer wieder Voraussagen machen. Und sie haben sich angeschaut, was geht in diesem Menschen vor, was passiert in seinem Gehirn, was passiert in seinem Kopf und so weiter, wie verhält sich der? Und dann haben sie eine Anleitung geschrieben, wie sich ein normaler Mensch unter Anführungszeichen verhalten muss, dass er genau solche Informationen bekommt. Und so entstand dieses Remote Viewing Protokoll, ein Protokoll, das jeden Menschen fähig macht, Informationen Ort und Zeit unabhängig abzurufen. So, und wozu brauche ich das jetzt? Das amerikanische Militär hat das damals natürlich zu Spionagezwecken genutzt. Sprich, damals war ja die Zeit des Kalten Krieges, wo hat der Feind seine Panzer, wo hat er Stellung bezogen, was passiert als nächstes und so weiter. Das heißt, es wurde ursprünglich für militärische Zwecke genutzt und laut Militär dann aber nach 20 Jahren circa aufgelöst. Das war auch der Punkt, wo das Ganze an die Öffentlichkeit kam. Da gab es so ein Freedom of Information Act, ein Gesetz, das besagt, dass der amerikanische Militär muss sagen, wofür es Geld verwendet hat oder wo es Geld hineingesteckt hat. Und da kam dann raus, es gab eine Psi-Einheit beim Militär und diese wurde, hier wurde eben eine Methode entwickelt, die sich Remote Viewing nennt und mit der man Informationen abrufen kann. Ja, und als das bekannt wurde, kam das Ganze auch in den zivilen Bereich. Das heißt, man startete die ersten Menschen auszubilden und es bildeten sich auch die ersten Projekte. Das heißt, es wurden einmal vermisste Menschen gesucht oder es wurde nach Ärzten gesucht und so weiter. Das heißt, man kann im Prinzip ja alles machen, ob ich jetzt auf Schatzsuche gehe, ob ich die Zukunft eines Sportereignisses voraussage oder egal. Also die Möglichkeiten sind enorm und ja, so hat sich das schon langsam entwickelt, dass das eben in den zivilen Bereich gegangen ist. Wir nutzen es momentan nur für die Zukunftsvorhersagen, das heißt, was passiert morgen, was steht morgen in der Zeitung und diese Informationen verkaufen wir. Sprich, sei es jetzt der Aktienwert oder sei es eine wirtschaftliche Entwicklung oder sonstiges in diesem Bereich. Das heißt, unser Ziel ist es, Remote Viewing zu ermöglichen, damit auch ihr Geld zu verdienen, damit zu arbeiten. Und daher sind wir auch im wirtschaftlichen Bereich angesiedelt, wo wir eben Aufträge erstellen, die dann abgearbeitet werden können und womit man auch Geld verdienen kann. Aber wie gesagt, prinzipiell kann man mit Remote Viewing alle Informationen abrufen. Ja, sei es jetzt, was passierte vor 2000 Jahren, was passiert in 2000 Jahren und so weiter. Gut, so ein bisschen einmal ein kleiner Überblick über Remote Viewing. Remote Viewing wird auch Fernwahrnehmung genannt oder es gibt auch einen weiteren englischen Begriff, der nennt sich Remote Perception, das passt ein bisschen besser. Also Fernwahrnehmung. Man kann es auch Intuitionsmanagement benennen, weil es im Endeffekt genau das ist. Das heißt, es gibt Menschen, die lernen Remote Führung, weil sie damit arbeiten möchten. Es gibt Menschen, die lernen Remote Führung, weil sie dabei ihre Arbeit unterstützen möchten, in welchem Bereich sie auch immer tätig sind. Und eben jene, die sagen, ich möchte meiner Intuition mehr folgen, auf meine Intuition hören und setze das dann im Leben ein. Und dann, wenn ich darauf geschult bin, auf mein Bauchgefühl, auf meine Intuition zu hören, hat das natürlich positive Auswirkungen auf das ganze Leben. Ja, sollte es Fragen zu diesem Thema geben, einfach mich kontaktieren. Ich freue mich über Menschen, die das Thema kennenlernen wollen, die in sich diese Fähigkeit entdecken möchten. Und sage Dankeschön fürs Zusehen. Zusehen.